Musik Der Grundstein von allem ist unsere Bäckerei, die wir haben, die nach traditionellen handwerklichen Methoden, Premium, Brot und Gepäck in biologischer Qualität produziert. Wir haben 2011 das erste Geschäft in der Naglergasse im ersten Bezirk geöffnet, hier ausschließlich Bäckerei und irgendwann haben wir ein Gefühl entwickelt, dass wir vielleicht uns erweitern sollten. Also man kann Brot ganz klassisch essen, aber vielleicht kann man mit dem Brot auch noch mehr in der Küche machen. Und das ist eigentlich die Grundidee. Also von der Ausbildung her bin ich Lebensmitteltechnologe und Fleischhauer. Nach dem Studium habe ich eine neue Herausforderung gesucht und bin bei einem sehr, sehr großen Bäcker eingestiegen und irgendwann dachte ich mir, das geht besser, das geht anders auf einem neuen Weg, also keine Industrie, sondern mit Hand zu produzieren. Ich wollte ein Qualitätslevel erreichen, was es in dieser Art und Weise noch mehr gibt. Und das war eigentlich der Grundgedanke und das ist bis heute auch die Philosophie der Firma und des Konzepts. Sehr viele Produkte, die wir draußen im Regal finden, finden wir genauso hier auf der Speisekarte, sprich in der Küche wieder. Also alles, was wir sozusagen einkaufen, versuchen wir unseren Kunden auch anzubieten. Weil die Produkte, die wir hier am Teller haben, sind keine No-Name-Produkte, sondern die sind extra für uns produziert mit einem sehr hohen Qualitätslevel. Im Bistro versuchen wir sehr, sonne Sachen auch zu machen, wie immer frische Smoothies oder Cereal Shakes. Natürlich auch regionale Produkte einsetzen, natürlich auch neue Trends umzusetzen, was man woanders gesehen hat, vielleicht dann neu interpretiert, auf die österreichische Art irgendwie zu machen. Vom Montag bis Freitag haben wir ein Mittagsmenü quasi. Das sind zwei Gänge, meistens jetzt im Sommer haben wir eine kalte Suppe und einen Salat zur Auswahl. Und als Hauptspeise dann was Vegetarisches und Fisch- oder Fleischgericht. Im Dreckerei-Batisserie-Shop ist das beste Produkt und mit der größten Stückzahl, was sich dreht, bei uns das Josef-Brot, also unser Flaggschiff. Bei den Broten ist es so, dass unsere Brote fermentierte Brote sind, langzeitgeführte Brote. Was heißt das? Wir mischen Teige an und lassen diese Teige je nach Rezeptur ein, zwei Tage einfach liegen und erst dann werden diese Teige gebacken. Und wir backen nicht einmal, sondern wir backen zweimal. Ich möchte, wenn du unser Brot heute kaufst und es am fünften Tag erst fertig ist, dass du sagen kannst, hey, die schmeckt ja immer noch geil, das ist ja unfassbar, wie gibt's denn das? Und das erreiche ich nur, indem ich eine doppelte Kruste draufpacke und dadurch die Boren verschließe. Also einerseits haben wir unsere Shops und andererseits haben wir Wiederverkauf und Gastronomie. Wir beliefern in Wien circa, denke ich, 70 Kunden. Und wenn man sagt, wir sind Hauptlieferanten im Brotbereich von der Steirer Ecke, von der Sacher, von der Le Meridien, da sind wir gut unterwegs und es macht uns Spaß auch. Die Kunden, die zu uns kommen, schätzen im Endeffekt die Qualität. Qualität kann schätzen ein Jugendlicher, Qualität kann schätzen ein Banker und Qualität kann schätzen die Oma. Also Qualität im Brotbereich und genauso Qualität hier im Bistro. Das sind nicht schicke Micke, das sind nicht Fuchs und Schwämpchen und noch einmal irgendwas hineingesteckt, sondern auf den Punkt gebracht wollen wir, wenn du das isst, dass du sagst, hey, geil, habe ich in dieser Qualität noch nie gegessen. Die Landstraße ist ja so eine Umgebung, die nicht altglatt ist. Das macht das Ganze ein bisschen spannend. Alles, was wir haben, an Tischen, Stühlen, Menagen, Salz, Pfeffer, Brotkörbchen, egal was, ist alles eigenes sein. Also nichts von der Stange kaufen. Die Qualität und die Emotion, die ich in das Brot stecke, die ich in das Semmel stecke, die gleiche Emotion muss ich dann auch ins Interieur und in die Karte, ins Outfit der Mitarbeiter stecken, weil sonst ist das Konzept für mich irgendwo schief und man braucht immer eine Balance. Also wir haben hier in der Landstraße eine Küche, somit alles, was wir hier am Speisen bieten, bringen wir frisch aus der Küche und wir haben eine Patisserieabteilung. Die Patisserieabteilung finischt hier ausschließlich an diesem Standort und bezieht aus unserer Hauptpatisserie ebenfalls aus Wien, weil die Qualität ich nur in meiner Hauptproduktion in der Hand haben kann. Also wir erweitern uns alle zwei Jahre. Ich meine, jeder Gastronom, jeder Unternehmer weiß, dass du eineinhalb Jahre Planung brauchst und somit, wenn man eins und eins zusammenzählt, wird es vielleicht schon bald das vierte Lokal geben. Aber da haben wir noch Zeit.